Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ländle TV DiaTag. Heute mit folgenden Themen. Großes Fußball-Schülerliga-Landesfinale in Feldkirch, das Kernteam Markenprozess Vorarlberg unterwegs im Brandnattal und der zweitwärmste Frühling der Messgeschichte geht zu Ende. Der Juni startet ebenfalls sommerlich. Im 43. Vorarlberger Schülerliga-Fußball-Landesfinale lieferten sich das BG Feldkirch und die NMS Eck ein spannendes Finalspiel. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengefasst. Ein Sportfest der Extraklasse. Eigentlich müsste man gar nicht mehr dazu sagen. Zum großen Finale der Sparkasse Schülerliga 2018. Schulen aus dem ganzen Land versammelten sich im Wahlstadion in Feldkirch, um ihre Teams zu feiern. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport fanden den Weg nach Feldkirch. Auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schüttl ließ sich von der Qualität der jungen Sportler überzeugen. Um ehrlich zu sein, hätte ich den Termin mit dem Andy Kopf und dem Heißlump ausgemacht, um mir die Akademie anzuschauen, den Verband anzuschauen. Und dass sich das dann mit diesem Spiel überschneidet, ist natürlich ideal und eine tolle Atmosphäre, sehr gutes Spiel. Auch Neo-Cheftrainer Werner Grabherr vom SC Alltag zeigte sich sehr erfreut über den tollen Abschluss der Schülerliga-Saison. Überragend, was hier organisiert wurde, wie viele Zuschauer hier sind und umso ein Riesendankeschön an alle, die sich am Schulsport beteiligen und diesen unterstützen. Werner Grabherr übernahm dann auch den Ehrenanstoß und somit ging es in ein richtig spannendes Finale. Das BG Feldkirch und die Neumittelschule Eck schenkten sich nichts und spoten einen wirklich hochklassigen Fußball. Die Ecker gingen dann auch schon bald mit 2 zu 0 in Führung. Man glaubte schon fast, das Spiel sei entschieden. Doch mit einem schnellen Doppelschlag vor der Pause schafften die Feldkircher wieder den Anschluss. Jeder Sport kann sich so eine Fangemeinde auf der Bühne und solche Sportler auf dem Rasen wünschen. Weil was ich gesehen habe, wie schnell, wie konzentriert, wie bis zum Letzten sie gerannt sind und gekämpft haben, das war wirklich beeindruckend. Ich bin jetzt schon wirklich viele Jahre bei der Schülerliga als Gast dabei und ich muss sagen, aus meiner Sicht war das heute stimmungsmäßig eines der Top-Ereignisse der letzten 20, 25 Jahre. Das Finale selbst blieb dann bis kurz vor Schluss richtig spannend, bis David Gassner vom BG Feldkirch mit einem Headtrick alles klar machte. Der große Sieger der Sparkasse Schülerliga 2018 heißt also BG Feldkirch. Alles in allem ein wirklich tolles Event, das auch die Veranstalter sehr glücklich gemacht hat. Wir gratulieren recht herzlich und nun die Meldungen des Tages kurz zusammengefasst. Karl-Heinz Kopf, der frühere zweite Nationalratspräsident, wurde wie erwartet vom WKÖ-Präsident Harald Mahler als künftiger Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich vorgestellt. Eine freudige Überraschung, wie Kopf den Medien erklärt. Das Rauchverbot im Auto, wenn sich Kinder darin befinden, gilt seit Mai diesen Jahres. Im ersten Monat mit Kontrolle und Abmahnung gehandhabt, ist jetzt ab Juni bei Nichtbeachtung ein Organmandat in Höhe von 50 Euro fällig. Wie auch beim Handy am Steuer. Zur Karo. Die Götzner Tanzgruppe um Trainer und Choreograf Peterson da Cruz begeisterte Publikum sowie Jury bei der US-Talentshow America's Got Talent. Das atemberaubende Spektakel mit Feuerwerk- und Akrobatikeinlagen ließ die Jury staunend und mit offenem Mund dastehen. Mit dem Golden Buzzer, der Belohnung nach dem Auftritt, steht die Götzner Tanzgruppe im Viertelfinale der grössten Talentshow der Welt. Wir gratulieren herzlich. Im Brandnattal hat sich das Kernthema des Vorarlberger Markenprozesses zu einem Workshop im Fröd eingefunden. Nach der Fahrt mit der Panoramabahn auf 1600 Meter erfolgte ein arbeitsintensiver Tag mitten in einer wunderschönen Bergkulisse. Der Entwicklungsprozess Marke Vorarlberg ist seit März diesen Jahres erfolgreich im Gange. Bis zum Sommer möchte man ein Markenkonzept entwerfen, das dem gesamten Land zugute kommt. Das 30-köpfige Kernteam und die Nürnberger Managementberatung Brand Trust haben sich dieses Mal im schönen Brandnattal getroffen. In inspirierender Atmosphäre ging man gemeinsam der Frage nach, wie die Zukunft für Vorarlberg aussehen soll. Also für mich persönlich ist es wirklich auch an unsere nächste, übernächste Generation wirklich Werte und Haltungen weiterzugeben. Zu sagen, das haben wir oder unsere Väter, Großväter geleistet, haben wir gemacht, die Wirtschaft wirklich so aufgebaut, im Tourismus sehr viel geschafft, sehr viel Innovation, Architektur ein großes Thema. Und da ist es eigentlich wirklich auch wichtig, dass die nächste Generation das schätzt und auch wirklich vorantreibt und da auch die Möglichkeiten hat. Also die müssen ja genauso eigentlich wirklich die Freiräume haben und den Mut auch vor allem. Und das wünsche ich mir eigentlich wirklich für alle, für die Zukunft. Weiters lag ein Augenmerk auf den Stärken, die künftig ausgebaut werden sollen. Es ist eine Riesenchance, indem sich aus allen Bereichen Vorarlbergs Köpfe versammelt haben, gemeinsam hier an Vorarlberg zu arbeiten. Es kommt eine super Vielfalt zusammen, auch in den Gesprächen. Das Stimmungsbild ist hier auch sehr positiv und für mich bedeutet das, dass man aktiv an Vorarlberg mitgestalten kann, darf und auch sollte, unabhängig dieses Prozesses. Ein weiterer wichtiger Aspekt lag auf einer besseren Vorbereitung auf weltweite Trends, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Heute ist eine ganz spannende Phase. Es geht eigentlich um die Entwicklung und Ausarbeitung und Ausformulierung von Szenarien, von Zukunftsszenarien. Ja, so eine Beschäftigung mit der Zukunft in Form von klaren Bildern ist sehr herausfordernd, aber macht auch sehr viel Spaß. Bis Juli 2018 wird das Kernteam sechs Workshops abgehalten haben. Bis dahin wird ein erstes Zwischenergebnis zur Marke Vorarlberg vorliegen. Bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten und 1.000 Euro Geldstrafe ist am Landesgericht Völkirch ein Jugendlicher verurteilt worden, der in Lochau ohne Führerschein mit einem PKW ein 14-jähriges Mädchen erfasste und verletzte. Am Donnerstag ist Weltnichtrauchertag. Anlässlich des Tages spricht Supro-Chef Andreas Prenn im VN-Interview über die Gefahren des Rauchens, die Hilfe beim Aufhören und erklärt, weshalb Rauchen weiblich ist. Rund 13.600 Vorarlberger haben im Laufe des Jahres 2017 Leistungen aus der Mindestsicherung bezogen. Mehr als jeder dritte Mindestsicherungsbezieher war minderjährig. 5.100 Kinder und Jugendliche waren 2017 mindestens einmal auf Sozialhilfe angewiesen. Der Mai geht mit 2 bis 2,5 Grad Temperaturüberschuss deutlich zu warm zu Ende. Auch der Juni verspricht sommerliche Temperaturen. Mehr dazu jetzt gleich in der Wettervorschau. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Bis dann, tschüss. An Frontleichnam bleibt uns die sommerliche Wetterlage erhalten. Wir starten mit viel Sonnenschein in den Tag. Die Temperaturen liegen am Morgen bei schon 12 Grad in Schopenau und 16 bis 17 Grad im Walgau und Rheintal. Über die Mittagszeit bleibt es freundlich. Es wird sofort wieder drückend schwül mit Temperaturen von 25 bis 28 Grad. Am Nachmittag wachsen Quellwolken immer weiter in die Höhe und vor allem über dem Bregenzer Wald sind erste Wärmegewitter möglich. Sie fallen teilweise kräftig bis unwetterartig aus. Die Regengüsse und Gewitter breiten sich abends und in der Nacht zum Freitag auch ins Rheintal aus. Der Freitag bringt schon vom Morgen weg mehr Wolken als zuletzt. Es ist unbeständig und über den Tag verteilt sind einzelne, durchaus weiterhin kräftige Regengüsse oder Gewitter möglich. Es bleibt beim feuchtwarmen Waschküchenwetter mit Temperaturen um 24 Grad. Am Samstag dann kaum noch Schauer. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken und schon wieder wird die Sommermarke von 25 Grad erreicht bzw. überschritten. Der Sonntag schaut nach heutigem Stand wieder sehr sonnig aus. Das Gewitterrisiko ist gering. Es gibt Badewetter bei sommerlichen 26 Grad. Das Gewitterrisiko ist gering. Es gibt Badewetter bei werfen. Es gibt Badewetter bei werfen.